Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den ertankenden Moulin in Bergaville in Frankreich. Viele kennen ihn, viele waren schon da, einige haben es vor. Und ich möchte in diesem Video meine Erfahrungen über diesen See euch erzählen. Ob das ein Top-Gewässer ist oder ob man da vermeiden sollte hinzufahren. Ich war jetzt zweimal dort. Einmal war ich alleine und einmal mit dem Alex. Preislich ist das noch im Rahmen, wenn man sich die anderen französischen Gewässer anschaut. Also die Pay Lakes, wir reden ja hier vom Pay Lake. Und von der Grenze ist der überhaupt nicht so weit. Also ich habe es ungefähr anderthalb bis zwei Stunden dorthin. Und ja, viele strecken das ja ab, dass das jetzt halt ein Pay Lake ist. Es ist so, wenn am See nicht so viel los ist, hat man überhaupt nicht den Eindruck, dass das jetzt ein Pay Lake ist. Man hat dort seine Ruhe. Es kommen keine Spaziergänger vorbei und quatschen jemanden voll und fragen irgendwas. Ja, also da hat man auf jeden Fall seine Ruhe. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und an manchen Stellen ist es halt so, dass die ziemlich nah beieinander liegen. Ja, also wenn ihr zum Beispiel eure Ruhe haben wollt, dann sucht einfach eine Stelle aus, die ein bisschen weiter entfernt ist von den anderen Stellen. Und da habt ihr auf jeden Fall genug Freiraum, um fischen zu können. Vier Routen sind erlaubt. Boot ist verboten. Futterboot ebenfalls. Also nur Werfen ist angesagt. Und wenn wir schon beim Thema Werfen sind, empfiehlt es sich dort auf jeden Fall eine Distanz, je nach Stelle zwischen 60 und 120 Meter zu suchen und dort zu fischen. Als ich das erste Mal da war, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es war die Nummer 12. Ich werde auf jeden Fall die Videos unten verlinken. Ihr könnt euch die Videos gerne anschauen und da sage ich ja, auf welcher Stelle wir gerade sitzen. Wie gesagt, das erste Mal, als ich da war, es müsste die 12 gewesen sein. Daneben die links davon die 11 und rechts davon die 13. Da hat man auf jeden Fall richtig viel Platz. Hinter einem ist das große Feld. Es ist ruhig. Und ja, dort an der 12 war es halt so, dass man eine Distanz auf jeden Fall zwischen 80 und 120 Meter irgendwo dort auf jeden Fall fischen sollte. Ich habe zwei Routen ungefähr auf 80 gefischt und zwei Routen, glaube ich, um die 100 Meter. Das hat soweit recht gut geklappt. Gebissen hat es allerdings nur nachts. Was ich so mitgekriegt habe, manchmal gibt es Phasen, da beißt es auch gut tagsüber. Und dann gibt es wieder Phasen, da beißt es nur nachts. Also das ist schon mal launisch. Also das kenne ich jetzt so nicht. Dieses extreme Verhalten. Und ja, man sollte auf jeden Fall eine Spotroute mitnehmen, eine Spomb, dass man auf die Distanz kommt. Also mit vier Routen merkt man das doch ganz schön, wenn man da jetzt, sage ich mal, ein paar Tage fischt, dass man, ja, die Distanz gemütlich erreichen sollte und nicht auf Krampf irgendwie auf 100 Meter anfüttern muss. Sportroute, eine Spomb, vernünftige Bleie, dass man auch auf die Distanz kommt. Und ja, ködertechnisch, wir haben mit Knoblauchfisch am besten gefangen. Entweder als einen sinkenden Beulie oder halt einen halben Pop-Up oben drüber. Das war so das Beste. Auf Pop-Ups hatte ich da an den zwei Malen noch nichts gefangen. Und ich habe auch eine Route mal so auf 20 Meter, sage ich mal, rechts vom Schilf gehabt oder so. Da war auch nichts los. Ich denke mal, am Ufer wird es interessant werden, wenn die Fische kurz vorm Laichen sind, ja, wenn die sich schon versammeln. Da wird es auf jeden Fall in den Buchten, also in den Ecken vom See, wird es auf jeden Fall interessant werden. Da könnte man auf jeden Fall nah fischen. Ja, und beim zweiten Mal, als wir da waren, das müsste schon, ja, Spätsommer, Herbst gewesen sein. Das müsste die Stelle, boah, 18. Wie gesagt, die Videos verlinke ich unten euch. Das waren auf jeden Fall Stellen, wo die tiefsten Bereiche haben. Und, ja, da hat der Alex mal richtig, richtig abgeräumt. Also, als wir da ankamen, waren da zwei Franzosen. Wir haben ein bisschen gequatscht. Und genau auf der Stelle, wo der Alex dann gefischt hat, der Franzose, der hat da auch richtig, richtig gut abgeräumt. Und ich weiß es nicht. Also, zu zweit hatten die in drei Tagen 50 Fische oder sowas. Und, ja, bei Alex, der Größte, da war der Schuppenkarpfen mit 30, 31 Kilo. Das war auf jeden Fall ein richtig, richtig toller Fisch. Und alle Fische, die wir hatten, kann man jetzt nicht so sagen, dass die jetzt komplett kaputt waren oder zerfetzte Mäuler. Also, ich kann mich an keinen Fisch erinnern, der irgendwie, ja, so aussah. Es waren alle schöne Fische, kräftig. Und auch da, an dieser Stelle, hatten wir unsere Ruhe. Wurden nicht gestört. Der Aufseher kam einmal vorbei und das war's. Was noch zu sagen ist, Stelle 1 bis 7 kommt man mit dem Auto hin. Und die 24 und davor die Stelle vor der 24 auch nochmal mit dem Auto. Ansonsten, alle anderen Stellen, da werdet ihr vom Aufseher mit dem Boot hingebracht zu eurer gebuchten Stelle. Buchen übrigens kann man das direkt bei denen auf der Seite oder auf Fisherman's Holiday. Das funktioniert total reibungslos. Man überweist die Hälfte und die Hälfte bezahlt man vor Ort. Also, alles easy gelöst. Von daher, ja. Also, ich würde nochmal hinfahren, auf jeden Fall. Alleine schon wegen der Ruhe. Ich mag das, wenn man wirklich fischen kann, ohne genervt zu werden. Das ist halt, ja, wenn man da ständig irgendwelche Angler um sich um hat oder irgendwelche Leute, die irgendwelche Fragen stellen, dann hat es, ja, dann geht mir das tierisch auf den Zeiger. Aber dort, wie gesagt, habt ihr eure Ruhe. Ja, mich erreichen immer hin und wieder mal Fragen. Ja, ich fahre zum Beispiel Oktober hin, auf die Stelle, man weiß sich, auf die 3. Kannst du mir Tipps geben? Welche Tipps soll ich denn geben? Wie gesagt, vernünftige Spotroute, Spombs, auf jeden Fall ein paar Stück. Falls ihr ein paar abreißt, genug Beulies, fangt mit wenig Futter an. Kleinere Köder, also keine 26er oder sonst was. Ich würde auf jeden Fall 18er, 20er und 24er mitnehmen. Vernünftigen Spotmix. Das kann Partikelmix sein, kleine Pellets oder sonst was. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass ihr, ja, einen Platz erstmal aufbaut, dass die Fische darauf aufmerksam werden. Die stehen, viele Fische stehen ziemlich weit draußen. So wie ich aber das Gefühl hatte, kommen die dann gegen Abend, kommen sie dann einen näher. Das sieht man an der Aktivität, an der Wasseroberfläche. Ja, vernünftige Routen, vernünftige Rollen und halt mit wenig Futter anfangen. Das ist das A und O. Da würde ich jetzt auf keinen Fall richtig viel Futter zu Beginn bringen. Obwohl das auch natürlich aufgehen kann. Man kann natürlich auch 10 Kilo Beulies und Spotmix füttern. Und wenn man dann halt richtig lag bei der Entscheidung, wenn die Fische sich darauf einstellen und dann in Fresslaune sind, dann geht es auch natürlich rund. Dann geht es ab. Ja, Leute, wenn ihr weitere Tipps oder irgendwas wissen wollt, schaut die anderen Videos an. Ich erkläre da ziemlich viel, wie ich da vorgehe, wie der Alex da gefischt hat und so weiter. Und was noch wichtig zu sagen ist, drillt mit Bedacht. Also seid vorsichtig, baut nicht so viel Druck auf. Die Fische haben weiche Mäuler, schlitzen gerne, ziemlich gerne schnell aus. Da habe ich die Erfahrung sammeln können, wo wir das zweite Mal da waren. In der zweiten oder dritten Nacht müsste es gewesen sein, drei Stück hintereinander geschlitzt. Ja, das kann natürlich mit der Montage zusammenhängen, mit dem Fressverhalten und mit den weichen Mäulern. Da steckt man nie richtig drin, aber wie gesagt, die haben weiche Mäuler und deswegen Piano-Drillen. Ja, also von mir eine klare Empfehlung, da mal hinzufahren, wenn man mal auch üben möchte, auf weite Distanz fischen zu können. Man kriegt da auch Rückmeldungen in Form von Bissen oder sonst was. Das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Trainingsgelände, sage ich mal. Ja, es hat viele Fische drin, aber ihr müsst auch euch darauf einstellen, dass man vielleicht nur Schleien fängt. Es hat viele, viele Schleien drin und wenn die Karpfen keine Lust haben zu fressen, dann werdet ihr schnell alt aussehen. Also es waren auch doch schon einige ohne Fisch nach Hause. Ich verfolge den See ja ziemlich lange. Ich sehe die Angler, die dort fischen und es kann sehr schnell passieren, dass man da halt auch nichts fängt. Also so ist nicht gesagt, dass ein Pelek ist, dass man da hinfährt und seine 20, 30 Fische in drei Tagen fängt. Ja, Leute, wie gesagt von mir eine klare Empfehlung, wenn ihr Bock drauf habt, nicht zu weit von der Grenze entfernt. Buchen kann man reibungslos, alles easy, alles verständlich. Also probiert es einfach mal aus. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal hinfahren. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber ihr werdet mich da auf jeden Fall nochmal sehen. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.